Was ist das Gesetz, das ursprünglich ins Parlament gebracht wurde, zusammen mit der Zivilgesellschaft und Regierung ausgearbeitet wurde und es war dafür gedacht, die Zivilgesellschaft besser zu regeln, dass die Zivilgesellschaft sich auch selbst besser reguliert. Also am Anfang war das ein konsultatives, positives Prozess. Was passiert ist, ist, dass als die neue Regierung an die Macht kam mit einer explizit Anti-Zivilgesellschaft-Strategie, dann wurden Veränderungen eingeführt ins Parlament in einem Prozess, das eigentlich ein administratives Prozess war. Das Gesetz war schon vom Parlament verabredet, vom vorherigen Präsident unterschrieben und es sollte nur noch operationalisiert werden vom Ministerium. Das passierte nicht. Die Regierung hat dann angefangen, Attacken zu führen gegen dieses Gesetz und das auszuhöhlen mit Veränderungen, die an sich hätten nicht mehr als administrative Veränderungen sein sollen, aber ganz gravierend und eigentlich verfassungsrechtlich relevant waren. Das war denn das Problem. Das hat die Zivilgesellschaft abgelehnt. Und der Stand der Dinge ist, dass es gibt einen Prozess, den wir führen und das ist noch vor den Gerichten. Aber diese Regierung hat sehr viel Verachtung gezeigt für das Gesetz, für die Rule of Law und die Sachen werden durch den Gerichten geschleppt. Also mehrere Strategien wurden vorgenommen. Was interessant war, dass die Zivilgesellschaft, die normalerweise sehr getrennt arbeitet, also entwicklungspolitische Organisationen für sich, frauenrechtliche Organisationen für sich und dann die politische Menschenrechtsorganisationen, Good Governance, also Governance Organisationen. Normalerweise arbeiten sie nicht so viel zusammen, aber diesmal haben sie sich zusammengetan und zusammengearbeitet. Sie haben Lobbyarbeit geführt. Sie haben mit den Abgeordneten gesprochen, besonders die, die in Regionen gelebt haben, die sehr von der Zivilgesellschaft abhängig waren, die sehr von der Unterstützung und Hilfe von Nichtregierungsorganisationen profitiert haben. Sie haben mit der Öffentlichkeit klargemacht, was der Beitrag der Zivilgesellschaft zur nationalen Entwicklung ist und also viel Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Protestaktionen und letztendlich dann gerichtliche Aktionen. Also dieser Diskurs gegen Einmischung von außen ist eine Instrumentalisierung von der Regierung, die jetzt an der Macht ist. Die kamen an die Macht mit diesem Diskurs, die sehr darauf ausgerichtet war, jede Art von externe sogenannte Einmischung, die auf gute Regierungsführung, Menschenrechtsunterstützung zielte, um das zu delegitimieren und die Zivilgesellschaft zu delegitimieren. Sie kamen an die Macht mit dem expliziten Plan, die Zivilgesellschaft einzuschränken und ihre Macht, wie sie sagte, einzuschränken. Also das ist ein Diskurs, das ziemlich erfolgreich gewesen ist, aber eigentlich im Kern unehrlich ist. Aber es war erfolgreich insoweit, dass die westlichen Länder, die meistens für Menschenrechte gesprochen haben, sich geäußert haben, weil sie ja die Regierung unterstützt haben und dadurch das Gefühl hatten, dass sie das Recht hatten, etwas zu sagen. Sie wurden sehr eingeschüchtert und auch angesichts der Konkurrenz mit China und Indien und anderen Ländern, da haben sie schon ihre Stimmen wurden sehr, sehr geschwächt. Ja. 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 Ja.